Linke Seite Backdodge, aus den roten Feldern raus, dann Rekord auf dich. Red Siegel liegt. Red Siegel liegt, Red Siegel liegt. Ja, es ist grün von hinten. Da waren wir einen Sidewatch. Und downed. Ist okay. Das lag einfach da, nur weil wir kein Food hatten. Jo, das kann man jetzt, glaube ich, stellen. Sind alle da? Ja. Ja, Bernd ist auch da. Spawn. Bernd, 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 Bernd. Ja, das ist nicht mehr. Möchte jemand auf DPS gehen? Von den Injis? Machen, egal. Bevor wir jetzt Food stellen? Ich hab keins. So. Müsste der andere so nennen. Ja, dann nehm ich. Ach, den mag ich auch. Okay, dann machen wir auch. Reingo könnte, glaube ich, oder? Ich könnte auch, ja. Mach ich auch, mach ich auch. Nein. Also könnte. Du wirst auf DPS gehen, das fällt mir gerade noch so ein. Hello, Jail. Kann ich auch, kann ich auch gleich mich alleine in ne Gruppe moven? Kann ich auch gleich ohne Rüstung spielen. Ja. Ich dachte, das ist Standard bei uns. Banner stehen auch. Ne, das mach ich nur, wenn ich bei IC mitlaufe. Ivy hat immer nur so n Kleidungs-Set an. Das mach ich nur, wenn ich bei IC mitlaufe, um möglichst oft zu sterben, damit er raged. Muss ich jetzt etwa ne Rüstung anziehen? Okay, Food, Stromschlüssel und dann ziehen wir wieder los. Ringo, kannst du beim Engage mal bitte einfach die Indies callen, dass die Indies bitte ihr Ballwerk ziehen, wenn wir engagen, schön die Bubblen ab, dass da keiner rausgepusht wird von uns. Kann ich das machen, ja. Kann ich das Stubby. Die First Stubby. Ähm, du willst das First Stubby? Let's go, Uni! Uni, los geht's, komm, mach se! Das war schon nochmal ganz kurz, willst du Bollwerk wirklich haben? Ne, nicht das Vollwerk-Gyro, das ist diese Toolbase. Toolbase, Toolbase. Genau, 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 die da. Okay, wir move in 3, 2, 1, let's go! Rechts hat er am Hammoral. Ah, ist okay. Move auf uns und self? Ja, ja, move weiter, move weiter, move weiter, move weiter, move weiter, move weiter. Turn über die rechte Seite in 3, 2, 1, turn, Lines in Front, 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 rechte Seite rausdotschen. Puls, ready machen. Wir nehmen gleich die Puls, dann erkannt in 3, 2, 1, Puls, Puls up, Puls up, Puls up. So kommt. Okay, come back. Von links, grün. Wir gehen einmal rechts kurz auf den Hamburger Hills. Auf den Hamburger Hills, ja. Genau, Sascha. Auch nur ein bisschen in pain. Okay, wir müssen aber zuerst rot pushen. Das ist eigentlich die organisierte Reggruppe Speed and Empowern. Ich finde es cool, wenn wir beim Gilden Raid bitte nicht mit 10 unterschiedlichen Text rumlaufen. Dankeschön. Okay, wir gehen auf grün, linke Seite, Puls ready machen. In 3, 2, 1, Puls in Front, weiter nach links unten, weiter nach links unten. Refs of Arrow, Refs of Arrow, Refs of Arrow. Okay, mach die Cliffs, mach die Cliffs in Front. Wir pushen kurz auf die Cliffs. Wir pushen kurz auf die Cliffs. Rechts an den Feldern dabei. Gards haben wir 3 ready machen. Leg den Reflect entgegen. Ich brauche Superspeed in 3, 2, 1, Superspeed. So. Shades in 3, 2, 1, Shades in Front. CC. Bubble and Breach in 3, 2, 1, Bubble and Breach. Gards sind drei, rechts die Felder. Bubble and Breach, Bubble and Breach, Bubble and Breach, Bubble and Breach. Stay in der Bubble, Stay in der Bubble, Stay in der Bubble. Mach die Cliffs, mach die Cliffs in uns. Come back, come back. Come back. Schön. Passt. Okay, rechte Seite. Weiterhin ein bisschen Pressure halten. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Richtung Arrow hoch. Wir pushen da nochmal rein. Deep in 3, 2, 1. Let's move. Pulls links. Pulls links. 3, 2, 1. Linkes Seite. Jetzt turnen. Linkes Seite. Okay, mach die Cliffs erstmal. Jo, das sind sie. Da haben wir es. Gibt die Kills mit. Du bleibst hier. Sehr schön, Jungs und Mädels. So, wird Rotkraut vomhinden. Bestätige. Wir werden ganz kurz disengagen. Abbel 45. Weiter, Baba ready. Ich find's toll, dass meine Kriege mit mir reden. Wirklich, so! Esschitze 20! Guckt mal, guckt mal, ein Radler-Adler. Oh, ihr habt den Radler-Adler gesehen. Wow, wer ist denn grad in uns exclu- kludiert bitte und warum macht dieser holo so ja das ist der one hit holo glaube ich okay geht mal rechte seite raus ok speed dann im bau wir brauchen gleich die charos auf die linke aus chiles und free to one charist on blast was 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 in free to one puls und rex puls und rex puls und rex puls und rex auf dem von lrs ok straight in front street in front rexstraßen fast 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 um willkommen ja come back desengages bisschen schneller die straßen legen wir gehen links runter und sammeln sich und dann ist ja deswegen und dann wieder über links time come back 25 aber da habe ich ja noch beide alle drei mit einem bauern ja babel 1 und babel 2 ist jeweils ja für mich okay machen wir jetzt in hart und über die brücke kommt mir drüber das ist gar kein ding aber ich brauche meine revs karts f1 aufmachen ich brauche puls in free to one puls auf den von hohen puls rex auf ero rex auf ero rex auf ero sehr schön gar sind selbst drei und rufen super speed riesige felder riesige felder und push dadurch kann back in free to one comeback 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 und aus der bubble raus ich bin immer immer ich komme nicht mehr aus der liegt wasser fangs 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 lines sind da uns ablegen turnen mit f2 in free to one turn f2 wasserfelder blaster die wasserfelder in mir blaster die wasserfelder in mir nehmen wir die chiros dazu in free two one chiros now chiros now chiros now und moved 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 so wir brauchen die nächste bubble in wow geht sich auf two one bubble in front bubble in front ist doch ok geht in die rein bubble breaches breaches in die bubble legen fokus auf die down ist drauf fokus die down ist mach die tiefs mach die tiefs mach die tiefs wir pushen zurück auf die brücke in three two one turn turn on bridge turn on bridge pull wie sag ich breach ich meinte bridge come back bridge ok move in front move in front mach die tiefs sehr schön pull wieder ready und pull und pulse auf ero noch mal oh spektiker weg sehr schön neute sehr sehr schön ist shepherd ich schäppert ich schäppert meine baggies so sexy es läuft schon wie die letzten zwei tage egal erstmal public danach noch machen das hatte ich aufbauen oder auch das der holo 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 mach du doch publik will auf mit dem mit oder guck mal geht halt hat er gerade schärten gemacht ja das ist ja kommt über die brücke zurück das ist dieser one shot 11.000 von overheat und 10.000 von rocket what the fuck musst du mal facts fragen facts spielt denn im roaming auch geil finde ich wie nie im channel sitzt hallo nie ja der ist jetzt hat den ton gemutet aber hauptsache der sitzt im channel drin obwohl er gar nicht bei uns ist bubble 10 schlagkreuz im turm wow turn vielleicht hast du das grad mitbekommen das tickt schon das tickt schon ist egal rein 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 alle rein alle rein alle rein alle rein alle rein alle rein springt rein oben leute ja ist immer drin ja ja da ist immer drin perfekt puls puls da oben hin puls da oben hin raps nach oben raps nach oben ist egal ganze drei riesig reflex reflex da oben rein links drin wir pushen hoch in free durch pushen passt auf den lord auf passt auf den lord auf wir dodgen direkt durch hochpushen durch dodgen spike ablegen hinten rauskommen reflex ablegen reaches in die joke hier halten die springen raus zum teil ne hier ist der hier ist der hier wir pushen wieder nach vorne free to one abfahrt und über die cleaves hier drüber der puls noch mal da nach unten legen was haben wir die am gebufften dort weg sehr schön sehr sehr schön umso noch ein paar die letzten dann gehen wir einfach wieder hoch und bergen da oben nochmal voll sehr schöner pull mach die cleaves kotelettes kotelettes oder was sagt dommi immer ja der sagt aber jeder versteht kotelettes ja perfekt oh die stacken da unten wieder lassen die hier nicht hoch einfach nicht hoch lassen einfach hier stehen bleiben genau einfach da pressure one shot ingi ist auch weg schwanz in uns schon wieder sweet and empower shem haut noch auf uns können sich die cards in ihren blocks üben out ahah come 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 dodge dodge... dodge nieuwe notou schön dann haben wir jetzt wieder rot aufs maul oder wie es schauts aus die sind links links die vor der grünen auf grünen auf grünen auf künftel auf die puls in free to warnpulse und von einfach nur zeigen muss nehmen reinfahren super speed noch mal puls im front alles anlutschen und die romer hinter uns kriegen es dann okay come back come back come back leute come back kommt wieder zu mir kommt zum tag kompakt pushen gleich noch mal in die reihen in three two one rechte seite sehr schön straßen jetzt die straßen 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 in die reinlegen für einen schönen push ok jetzt kriegt wo bist du denn er kann jetzt haben wir kommen gleich nächstes redziegel auf juni brauchen redziegel auf juni dies ist schön zu beginnen nicht auf die karte sind free to warnpust schon von ganz danke für die call ring aber wenn rengo stabby called meint er nicht mich ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich's callen soll call in schieß einfach das passt schon puls also wenn rengo in schießt kann man von anderen sex machen auch nur einfach ja ja leckchen kalt auch noch in schießt recht das heißt ihr müsst rechts rum rechts rum recht zu machen puls und front sehr schön sie sieht sie sieht sie sieht die zwei wenigstens weil die krebs geben wir auf rot hören der schönes movement auch heute wieder einfach 111 und durchlaufen juni liegt er ist schon tot ok abrufen warte hat den turm aufgemacht wand ist aufgegangen das ist ja mega net dass die den für uns aufmachen mag ich das ja ist okay die kommt weg kommt weg ganz kurz ja immer auf den hügel mit feldern empowern sehr schön wir haben es noch mal eine fetzen bomb in die rein die bombe des jahrhunderts und das ganze kombinieren wir mit dem längsten stave aller zeiten okay also den machen wir jetzt wirklich auch länger als papa sein länger als papa geht nicht aber läuft über die viermal über die map mit dem normalen laufgeschwindigkeit wissen gehen nicht mehr diesem rennen hier und das perma selbst einfach so gut ist kriegen meine in schießen doppelste finn dann bräuchte ich bitte die smogs free to one smokestown 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 blast was 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 jetzt muss es egal ein schritt passt schon so kalt mir wenn es blinkt kalt mir wenn es blinkt ich bin ja es okay polzen free to war ein polster oben hin einfach polster oben hin raps wir gehen noch nicht weg wir wurden noch nicht auf garz ins f3 die feldere flecks Und jetzt können wir pushen, 3, 2, 1, super speed now, so gravity, alle babbeln, alle babbeln jetzt, vollbomb, vollbomb breaches Sehr schön, move nach hinten raus, move nach hinten raus, move nach hinten raus, alle die noch stehen Achso, jetzt seid alle noch da Waffe 3, jetzt gleich dich wuffen müssen Und grün kommt auch noch Ja, wir haben auch, wenn ich in ARKUG nicht so viel Schaden gelegt wie in den vorherigen Fights Ist der Gegner aber okay, der Lord ward sofort Naja, da stand eine Babbel vom Gegner drin Die hat übelst reingehauen Ja, ich bin auch relativ schnell aus dem Lordraum nach hinten raus geflogen und dann war es vorbei Ich warte am Hügel auf euch Am Hügel? Wieso hast du überlebt? Ja, keine Ahnung Siegerbild einfach Sieger halt Ich hab's mit den Gyros überlebt Ich hab's mit den Gyros verkackt, sag ich Ah, das gibt's schon Stealth hat dir gereicht Du brauchst halt auch 36.000 Lebenspunkte Hab ich Hätte erst die Kurve, ich spiel nämlich auch, ich spiel auch Schildwächter, ich spiel keinen Winner, deswegen hab ich auch keine Boon-Up-Time Er hätte eine Sekunde länger sein können, let's move, der Stealth oder zwei Sekunden, aber passt doch Äh, die Wand ist jetzt zu Also Gruppe 2 war ich super Stealth für dich Ja Babel 20 Babel... 13... 10 Weit, als ob ich jetzt hier A5PBT zu fahren Oh, da oben drin Ja Naja, tickt schon Tickt schon Ist doch egal Ja, die kommen sicher gleich raus Babel reiten Okay, jetzt können wir loslassen Hast du es versucht? Hätte erst sein können, dass wir noch reinkommen Kommi-Regel Nummer 1, gib niemals auf Ach, da bin ich fast, ne? Ja, nö Ich geh unten rum Oh, den hab ich noch nicht Ja, ich auch noch nicht Ich hab den auch noch nicht So, alle fixte Nüster holen und dann geht's weiter Sehr geil, wenn das WXP gäbe Und du dich so auf Level 10.000 hochkriegst Immer hierherlaufen, Pister holen, Charakter löschen, neuen Charakter erstellen Hey, unsere Leute... Also, da schießen noch Leute ein mit den Cutters Ah, Redis regeln PVE-Breaking macht Map-Erkundung Äh, Rot steht oben auf der Zelle Ja, die, gell Ne, ich hab noch 13 Gaben der Erkundung, das dauert noch ein bisschen Die weg sind Die weg sind Wie chill das Decken Wir stehen sogar so eigentlich richtig schön da Bin ich hier gar nicht gewöhnt von euch Eines in deinem Charakter, Ivy, ist ja furchtbar Weißt du bitte aus dem Baum wieder raus, dankeschön Die Trader nochmal down Mau geht gleich auf, wir move'n in 3, 2, 1, let's go Let's go, Roamacloud Wir gehen da nicht rein Ich zieh da vorne rote Felder Da können wir die Rennlis durchschicken Die können sterben A little bit back Mike pusht das mit den Rennlis aber voll offen Ich würde den Highground nicht aufgeben wollen Wie gibt's denn unsere Negros mit ihren Sandportalen? Platz mal doch was mit dem Cutter oben drauf Ah Geil Irgendjemand schießt mit dem Cutter rein Ah, volle Mörder erwischt Du bist lured Was? Wir stehen hier und wir stehen am Cutter Alles gut Okay, speak down and pound, speak down and pound Wir pushen Move'n 3, 2, 1, Abfahrt Dodge durch die Line, stabby, pull'n 3, 2, 1, pull'n, 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 pull'n Wann auf jeden Fall jetzt eine Down ist, glaubt Äh, einige Down ist drop-down hier Wir holen unsere Leute wieder Ich glaub da gab's noch eine ELU, oder? Hat irgendjemand eine ELU drauf? Bleibt mal bitte bei mir, guck mal wo ihr Attack ist und wo ihr schon wieder seid Oh, die Lese-Rechtschreibschwäche ist vorbei Wir haben uns gestorben, ich hab's gesehen So, wir gehen wieder in Front, 3, 2, 1, Abfahrt So, wir machen noch mal Pulse ready Nur Pulse in 3, 2, 1, Pulse, einfach nur Pulse da oben rein Wir werden wahrscheinlich niemand mehr herbekommen Ah, grün links unten Mal doch, den einen haben wir tatsächlich hergepult, bestätige grün, come back Ach, die Katern da auf, machen wir jolo Komm, wir machen jolo drop auf grün Chiros in 3, 2, 1, Chiros down, blasted, 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 blasted Ich hab' ready, mach' nicht drauf, gleich die Bubble Ja In 3, 2, 1, Bubble und CC, Bubble und CC, Bubble und CC, Spike 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 Stay here, stay here, stay here, Leute, stay here, mach die Cleaves, mach die Cleaves, mach die Cleaves, mach die Cleaves, don't overcommit Und come back, come back, wir gehen hinter uns durch die Choke durch Durchziehen Ja Und geben wieder die offene Mauer rein, sehr schön gemacht Ich hab' jetzt auch Bubble 2 gezündet, also 70 Sekunden Cooldown Passt, alles gut Hauptsache, die haben keine Boons drauf und sterben Nix, 25 Mit CDs kann ich leben, bestätige Also wenn du Bubble sagst, meinst du, alle bubblen, oder? Eigentlich nur Bubble 1, aber... Zieht sie schon wieder durch die Bucht 5 Sekunden noch? Ja, die warten wir kurz die 5 Sekunden Die 5 Sekunden sind wir PPT da Wer ist Duck und wo kommen die her? Von Gandhi Und dass du nicht weiss wer Duck ist, macht mich traurig Bei den letzten 2 Tage nicht im BVW Ja, wir hatten ultra viel Spaß mit denen im BVW Sind ziemlich viele Schweden da drin auf jeden Fall, was ich gesehen hab Jaja, der Kommi von denen ist ja auch ein Schwede Ein Krieger kommt zu uns Achtung, ein Krieger Schubst du raus, der hat keine Stabby Jetzt war der erste Stabby Wir gehen in den Lord-Raum hoch Ach 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 Ach, Mann, Krieger, Alter Vom Biff Vom Biff Vom Biff Vom Biff PPT breaking So, rechte Seite Pssst Werde gesehen, dass ich PPT's habe Speed on Empower Sales Bitt ja auch niemanden, ich schäme mich dafür Wird ja auch niemanden, mich schäme ich dafür löschen und rechte seite ich muss den gard löschen aber es macht ja nichts habe ja noch genug andere hallo 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 grün bitte hallo gut oben auf dem högel sammeln was ich ja wir gehen in die wache rein ich dachte die feiten uns aber in range und so war der holo ich wollte come back come back camp 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 dort kurzem dort schluss das wird ziehen uns ganz kurz rein rsi down er kommt ich komme über das lager kommt und sich das sind wir eigentlich haben wir uns das lager schnell holen wir wechseln kurz die seite kriegen wir den entschied da oben gepult erst mit zwölf karl hat das mal voll voll auf holen also schon doch dankeschön wenn jetzt eine leiche okay macht dies mit den fans mit den fans wir gehen gleich damit raus die sind alle links noch auf dem her bestätige so okay wir machen wieder da beste ich brauche ich verloch smoke 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 sind free to one smokes down smoke keine charles keine charles blastet blastet und let's move drei und links kool sind schon den free to one kool kommt und wie sie rennen mann wie sie rennen und move und skate move und skate lights und skate ich weiß und kommt hin und alles wir turn back and free to want to back über links über links über links über links cc rechtszeiten aus deutschen richtung lager kommt durch die lage raus machen die kieser french oder hat jemand die letzte wvw rüstung ok posten jetzt auch alle unsere lage rüstung kurze frage wer da jetzt eine pappel sinnvoll gewesen theoretisch nähe zu verteilt ist mir auch überlegt aber die wand so gesplittet du hättest halt vielleicht drei vier leute in die babbel bekommen wir gehen mal gucken wo rot ist rot ist irgendwie der bessere fight content achten nie dass ich das mal sag vielleicht vielleicht liegt auch eventuell daran dass die rote karte ein bisschen schlechter ist als die von grün rot 0,9 0,9 0,8 0,8 4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 kommen mal so schlecht sind wir dann doch auch nicht jetzt haben wir überall q ok remindet euch mal dass wir donnerstag kommt mal lieber 15 minuten eher wegen karte so weit möglich wollte sich bei mir ganz knapp ausgehen wahrscheinlich wenn ein zwei leute ein bisschen später kommen es ist kein weltuntergang ich komme gar nicht der gerade grün geworden ja du bist im urlaub weißt du auch warum weil du schwul bist hast du gegen homosexuelle ja was hast du dagegen nichts effektives keine sorge nie ist gemütet warum lacht ihr ihn jetzt aus bin ich intolerant wir haben nie gelacht nie gelacht nie wir gehen kürzeln was für ein dieb der weiß noch nicht wie der dieb funktioniert weiß ich nicht sie mussten fragen wir haben noch 1,20 am lager das ist unser lager ppt wir sind ja gar nicht so wir sind gar nicht ich dachte kurz wir sind rot tschuldigung wir waren letzte woche noch rot mit schwören und allem drum und dran aber das wäre day wir machen doch auch gleich wir machen doch gleich das lager los wir gehen auf große fahrt matrosen packt die angeln aus das dauert noch bis im nächsten älter warte warte da muss ich umtecken da muss ich umtecken nein du textest nicht zufällig schubst schubst rengo vom boot runter meinst du wenn ich skiffle dann fürs wvw kommen wie die mounts also wie geil wird das hier mit dem schiff rum zu tuckern und einfach zu angeln während rechts von rechts von dir plötzlich 50 auf 50 aufeinander pushen und zu ihrer linken sehen sie kann man auf der facke stehen zu ihrer linken sehen sie dr eisenfaust und dann gibt es so eine kurze tseinblendung wo er sagt ihr spielt alle scheiße und bringt euch um die negros sind schuld gibt es so eine kurze tseinblendung wo er zu den negros sagt hängt euch auf ich bin ja dafür dass man die szene mit einem hai einfach einschneidet ich sehe mit dem hai zwar bei sie das welt wo man durchgemacht haben dass er in der bucht irgendwo rumgeschwommen und auf einmal in der erde heirten einfach da uns das gemacht hat den hairland gebraucht hat er geschrien wie ein mädchen wenn du ja das passt aber auch zu ihm wenn du keine unterwasserwaffen hast dann ist das schnappt euch immer die mann liegen unten tot aber wir waren invest ja wir haben nur gesehen wie hinter ihnen wie es punkte gab wir wussten nicht warum hören was mache ich ich verfalle in alte muster ja ja rotschein von der karte zu sein es gibt den einen die bitte aber die gilde hat vor zwei stunden all greens hier all greens bei uns am spawn fuk alter die sollen das halt äh 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 ach so es wurde früher gecallt ok add lord da lässt er unseren turmfeind der ppt-commander jetzt weiß ja wenigstens keiner mehr dass ich den eingenommen habe jetzt bleibt es geheimen ich habe einen screenshot gemacht ich habe es aufgenommen für euch ja unsere cutters stehen noch man ja wieso kriegst du fallschaden könnt die sich nicht bitte weiterhin farmen lassen die gehen weiter durch den buch die soll nicht so viel laufen laufen ist nicht gut total ungesund hast du dir die knie kaputt und so ja vor allem wohin hier gibt es ja außer uns pult pult behind us pult behind us pult behind us die stehen halt in der bucht hinter ihren 7000 ähm deftingern aber wir können wir könnten wir könnten eigentlich ja wieso darf man im lcs stompen muss ja gewaltigt werden ist ja ing er ist echt übel der grünen steht um den tau links bestätige kompakt werden kompakt werden kompakt werden dann haben wir den jetzt nochmal aufs fressbrett let's wow geht auf eure mounds please doch echt unglaublich 10.600 schaden das ist nochmal getoppt das ist das ist das ist wie als hätte ich chari gegen mich wie gestern oder am risse kriegt er paar mal auf die fresse macht er public an und dann geht er irgendwann einfach weg nicht auf mount jetzt wir machen die fahne guards block oben halten wegen der energy aegis aegis wir dodgen gleich left in 3 2 1 dodge left side superspeed 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 puls in front puls in front ja na 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 warte warte ok stand barbe stand barbe stand barbe turn back in 3 2 1 turn back turn back turn back auf dem downy hier wieder drauf ich leg auch nochmal ein redsiegel da vorne back dodge back dodge back dodge guards in safe 3 resi fällt ein reflex in front vielleicht auch ich krieg dich leider nicht mehr uni sorry rechte seite raus rechte seite raus cc über links turn in 3 2 1 cc now me cc now me cc now me cc breaches 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 sehr schön back dodge back dodge redsiegel bauh leute da haben sie jetzt auch habt ihr ab jetzt aufs maul bekommen hab ich jetzt auch der holo nervt ohne scheiß ja der springt halt in uns rein und zieht halt bei zwei leuten die hälfte vom leben ab und da ich hab es gewählt das ist echt ein bisschen pain der ist mir jetzt gar auch noch zum schluss reingesprungen und hat mal nochmal ein 13k wieder reingehauen warum sorry doch alles gut schlüssel mal prüfen halbe stunde ist rum 20 seine gruppen leute tun dir voll leid die haben zwei ins die machen das schon und tor ist immerhin gerade platz 3 dps und platz 1 mit den strips also ja bei der spiel darauf ist eigenes ich spiel mir trotzdem leid wenn ich mal so schnell platz ich dachte ich dachte support guard spielt man auf schwert fackel hammer auf himmlischen werten oder nimmer machten das nimmer früher war das so das waren noch zeiten aber das verpasst du mich gerade beides hat irgendwann hat man es bestimmt mal so gespielt das hat man mal so gespielt das war wie ich ungefähr wieder anfangen habe da holen uns ja dieser scheiß holo er beim kappel hat sich nichts gerne mit einem bau und in den mann in den wir trocken gleichen free nevermind come back come back das war wieder der holo scheiße der läuft rein macht einmal boom und dann geht er wieder das ist übel aber mich trifft der irgendwie nie vielleicht denkt der floh wäre der kommi weil er immer vor mir läuft kann sein oder wegen den flügeln die kommen uns nach oder wegen den flügeln fließe 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 weiter auf los hässlichen flügeln rum ne ist nicht meine aussage ich find sie nicht hässlich ich finde die auch nicht hässlich die sind hübsch die aussage kam von jemandem was überhaupt hässlich ausschaut hab nicht gesagt dass sie hässlich sind rader adler rader adler okay wir gehen noch mal da vorne rein es ist okay ist okay wir müssen da bisschen schneller hin und her mein der mensch mäßig ist das schon okay in die jetzt hin dann helfen wir euch was sind das? äh kaito ist zorn ah stimmt was sind wir mit den zorn zusammen? ja uff äh die comment grün kommt von der mitte aus ja wir haben auf die Brücke moved, 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 moved... oh wir müssen hier auf die Brücke abfam Pulse in 3 2 1 Pulse auf die Brücke Pulse auf die Brücke Pulse auf die Brücke Ravs straight drüber move straight drüber move RZF3 Rezifelder 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 come back come back sehr schöner gravity macht die cleavs macht die cleavs und wer hat illo drauf ich brauche gleich barrier von den negros wir noch ab jetzt zurück der free to one very up very up please very up very up einer puls noch mal ein free online zu von leise von cc aus deutschland links aus deutschland links raus der ganze wasserfelder ausdecken lasst du blastert die vielen nicht nur wirklich die da nicht so viel von holen abdich ja es ist vorbei ist vorbei leute disengaged heiße gemoved ja dieser scheiß in g da ist aber ist das falsche und guckt bitte dass ihr näher bei mir bleibt und radler adler hinter uns kommt mal alle ran ist ja grün ist ja auch nur tls hat mitgebracht okay besetzt es ja schön danke habt ihr den von dank sehen wie der weg geflogen ist die erklärung wurde er wieder linke seite aber ich glaube dass er trifft besser wir müssen in three to one let's move fokus ab bitte fokus ab und kompakt wenn du nicht zum spaß hier holst linke seite in frien von puls linke seite auf euro rebs auf euro ja sehr schön auf die dauerung auf die dauerung stoppen und come back superspeed linke seite superspeed linke seite lights und downs ablegen weiter disengage weiter disengage turnen free to one you turn you turn you turn you turn you turn katz f3 ich brauche reflex sind free zu und ich brauche gar keine reflexe genau einfach so rein ich habe den pult zu von cc reflekt auf euro reflekt auf eros der hier macht die kreis macht die kreis leg reflex und von liquid reflex von beginn über die linke seite free to von abfahrt über die linke seite barblin beaches auf den trepp in free to von barblin beaches auf den kreis buch ist barblin beaches seitex sehr schön macht was ist es ist es ist der buch in front auf die rücken free to von abfahrt so pult noch mal rein einfach jetzt alles drücken leute alles drücken alles drücken alles drücken polen so viel wie geht ab 2 turn 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 red siegel bitte auf juni ablegen okay die wird schon gerätzt passt jetzt von nats jetzt jemand direkt genau leute 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 ihr habt alle jetzt gruppen talk target callen alle gruppen target call und let's go er rennt weg okay ist egal ist das später gruppen ja ja hallo mera hallo 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 puls auf arrow in free to one puls hier in die zinne puls an die zinne puls an die zinne sehr schön revs cc da oben lief die weg und jetzt den von bags rechte seite superspeed superspeed vor sie der links vorne ist ein einige bestätige ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ok comeback 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 rechts auf die straßen auf euro in free to von revs straßen und freundlich straßen revs straßen sie 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 ist der hier ist der hier ist der hier und comeback 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 deutsch da raus menu hat viel was gar sind selbst drei riesen felder wir pusten über die rechte seite unten in free to von gats riesen felder riesen felder jetzt wieder linke seite hoch turnen noch mal riesen felder reflexen von reflexen von und superspeed durch buchchen durch buchten durch pusten durch die kleinen wui zu von turn behind asti behind das kult und wetznow walt zwei 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 zumilai zum wie bei sowie bei zumыми walt zum wie bei zum mei es macht ich ließe dort schlicht seit der an die wand infIt too long link ist das in die wand deutschen der an der wand kommt festhalten festhalten linke seite zahlen in vier rechts hat aber nicht viel von charstan charntes der hier und die linke seite von der five link ist hat er nach vorne linke seite nach vorne macht die kreis und jetzt ist der von bex hier fällig jetzt ist der von bex fällig jetzt habe ich mir aus das sehen selber dem markt gegeben sehr schön liegt im downstairs also einige gründe er schon gemacht leute sehr sehr guter schaden jetzt wirklich nice sorry das war jetzt meine babel ich habe ausfass in die babel gedrückt glaubt du spielst zum ersten mal die wand stimmt wand ist auf 66 prozent ein bisschen schneller mit räumchen ein bisschen nicht schlechter ppt commander das fällt erst jetzt auf damit ist auch die frage er jetzt im übrigen geklärt warum ich so gerne treffs bau könnt ihr euch erinnern als ich mein schild dies an geld schmeißen wollte und habe aus versehen zwei treffs geschmissen war noch zeiten jungs sage ich euch da hat man haben wir noch aufgebaut und nicht aufgebaut stehen lassen steht noch nicht weg junge als der von bex wieder da ich will ich will ich will ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich so wie gehen rein oder auch nicht wussten ja in uns vorben bin ich bin dort dort und straight turn straight turn mit polz mit polz mit polz in die joke hinter uns polz und cc reflex nicht ausrufen nicht ausrufen durch hatten durch hatten jungs und wir gehen bei down wir rufen jetzt in free to one move now in g rechte seite babbelin beach in gravity und weg begeben wieder rein das sind noch einige außen ist es egal um 6 die müssen auch irgendwann rein wenn sie uns töten wollen was sie verdichten ja wie kam plätze sehr gut in von hd 4k ist die neue meter fixer okay wir gehen die treppe hoch deutsch fliegt und deutsch stern ich kann berg kann berg wir gehen da wieder runter einfach ein bisschen flash auf die zinne halten unsere rendys sind ja schon am lila lord wir können hier noch ein paar berg ist absagen wir pushen runter fliegt und letztlich wenn ich super spiel haben kann nämlich so ist wie den vitu war uns über spiel der schöne polz date fest dass der macht es vor allem nicht alleine der erst richtig rum geflogen negativ chrissy weil ich nicht so viel damage habe da ist der one-shot-inji und jetzt ist er auch gebelert und mit dem drachen todesstoß gekleaft worden den schmiede um die grünen die haben kein bock mehr ich habe nach der woche muss ich mich erstmal bei bex entschuldigen ich habe ungefähr ein stack wählers habe ich die woche show auf bexler geworfen wir müssen mal wieder gegen bex wir müssen mal wieder gegen bex scrim oh ja das hast du neulich schon gesagt ja ja das war lustig ich fand es auch total lustig die armen haha die armen die haben überhaupt kein morgen mehr gesehen die sind ja nur noch umgekippt in 20 20 runden haben sie einmal gewonnen weil ich in die sie hatte wir haben uns einfach noch mit nord entgeht der rennen die der nekro oder buch 1 regelt ja genau damit spielt lediglich auf dem negro es hat erst halt eigentlich relativ nah ist weil du kannst ihn halt rausfokussen und er kann irgendwann nichts mehr machen weil er hat das ist auch seine panic und auch shit buttons aber die sind halt irgendwann auch am ende so ihr wisst was zu tun links oben wer die geld bestätigt ja wir wissen was zu tun ist ok er hat gesagt habe ich es 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 habe wir gehen über die fahne ja der ist es ja zins f3 richtig fällt der reflex bubble in beach in uns bubble in beach bubble in beach bubble in beach wir pushen über die stauer in 3 2 1 rechte seite raus dodgen links turn links turn links turn links turn kommt da rein kommt da rein ich bin back als tiefs behinder sind 3 2 1 back come back in die fahne come back in die fahne ich weiß das sind many red fields kzcf 2 ich brauche die wasserfelder unter mir blaster die wasserfelder blaster die wasserfelder blaster die wasserfelder pullz nochmal arrow in 3 2 1 pulse to ward arrow pulse to ward arrow pulse to ward arrow pulse to ward arrow riffs da vorne rein come back come back come back come back nicht nicht over committen macht es mal den krieger da tot mitnehmen ganz kurz und kommt noch zu lager auch jetzt liegt auf die junge so wir gehen ganz kurz ins lager bleiben nicht an der mauer heim stephen und in gation instance selbst und free to ones nichts aus 6666 dann blass das passt und instant er macht nix und pull zum free to one puls über die linke seite linke seite linke seite die sind in uns sehr schön sie sieht in und sie sieht die sie sieht sie sieht die wir pushen richtung bei free to one abfahrt wenn die kill sind uns die haben wir vielleicht reingeballert cleave cleave get back get back get back get back get back cleave get back cleave das ist wie fahrrad fahren ja ich kann nicht mal fahrrad fahren noch mal feste man hört immer deinen kriegern bei clicker auf der tastatur oder was auch immer das ist come back alter was ich immer wenn man die peitsche schwingen wir zurückkommen ich habe nicht mal marco auf meine tastatur gelegt das ist ja ja breaking oh nein das hätte ich von jemand anders erwartet aber okay keine sorge im pv in übernehmen ich dann die peitsche das klingt doch gut das klingt fair wo muss ich mich anmelden der linke seite wo 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 tor du musst definitiv öfter mit uns spielen finde ich speed dann empower warum warum weil du du gut spielst und wir haben baggies negros fucking easy egal welchen ich komme mit dem negro gar nicht klar leichte rüstungsklasse ich fühle mich so als hätte ich jetzt hätte ich plötzlich genug die hälfte der AP pvp pvp wvw überall easy abc 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 wir werden ja bestimmte pause machen das steht ist dann um in der zuschreibung gemütet ja 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 wir können auch jetzt kurz einfach weil food läuft dann jetzt gleich aus